So Leute, wir sind wieder hier an dem Schild Wie wir es versprochen haben Genau, und jetzt geht's los Wir gehen jetzt die Hauptstraße lang Und wir gucken, ob wir irgendwo Also die hohen Gebäude, wie gesagt Ihr habt das ja letztens mitgekriegt Das Gebäude, was ihr hier links seht Da sind wir komplett durch Nur wir haben nicht alles mitgenommen, wie gesagt Wir haben in der Zwischenzeit noch ein paar Sachen gemacht, die wir machen mussten Ich nehme mal meine Meinen Baseballschläger in die Hand Und jetzt gehen wir mal gucken Ob wir nicht die Polizei finden Ja, aber ich nehme aber auch noch Ein paar Sachen Was ist denn hier links das Gebäude? Hatten wir Adat schon? Bin mir nicht hundertprozentig sicher Ich habe zum Beispiel auch vergessen Wo das Dings ist Wo das Krankenhaus ist Hier ist Forschungsmaterial Können wir mal mitnehmen Alles mitnehmen Also wir haben so einige Sachen gemacht Krankenhaus war hier hinten Das ist geradeaus rüber Das siehst du, wenn du von da oben runterkommst Das ist hier hinter diesem Gebäude noch Warte mal, da müsstest du von hier sehen Warte mal, hier ist Schritt Forschungsmaterial Alles Alles mitnehmen, alles mitnehmen, Leute Wir müssen alles mitnehmen Weil Forschungsmaterial ist wichtig Und hier kriegst du Nägel Bei diesem Wir haben so viele Sachen vorhin gemacht Wir haben Wie hat sie gesagt? Hugo? Du hast Hugo gefunden, ne? Hast du gesagt, ne? Ah, hör auf Leute, den möchtet ihr nicht sehen Also Hugo Ich will euch ja jetzt nicht großartig erzählen Aber Hugo ist eigentlich nur ein Krupp Ein Riesenkrupp Sonst nix So, ich kriege gerade Besuch Ja, dann komm her Ich will jetzt nicht auf dich schießen Aber das macht keinen Sinn Komm her Und drei, zwei, eins Homerun Zack Forschungsmaterial und Stoff Müssen wir alles mitnehmen? Jawohl Hier sind auch wieder zwei Gebäude Ja, du bist schon wieder ganz woanders Nö, eigentlich nicht Doch Du bist ganz woanders Aber wir kommen da gar nicht rein in das Gebäude Das ist jetzt lustig Plastik, Nägel Aber wir nehmen alles mit hier Ich wollte hier eigentlich in dieses Gebäude Ach, da ist eine Tür Ah, da kommen wir durch Shit Leute, wir kommen da durch Hier Wo ist der Don eigentlich? Ja Ja Worüber haben wir gerade gesprochen? Alles mitnehmen Madame ist wieder am Rennen Und ist wieder woanders Ist wieder ganz woanders Madame ist nicht am Rennen Die ist genau bei dir gegenüber Alles mitnehmen Wir haben uns auch dazu entschieden Und zwar wollen wir Irgendwann mal die Base bauen Oh ja Und zwar haben wir festgestellt Dass wir alles Wo willst du jetzt hin? Hier rein Also hier rein Okay Ich mach mal wieder zu, ne? Ja, hier ist auch ein Freund von dir Ja, hier sind mehrere Freunde Pass auf, da kommt einer Da legst du die nieder, was? Alles mitnehmen, was die fallen lassen So, wir gehen mal rein Moin Sind sie der Verkäufer hier? Sind die Kassiererinnen hier? Oh, wer sind sie denn? Sind sie der Sekund? Aua Das ist aber böse hier, der Typ Ey Jetzt reicht es aber mal Böse Also Du gehst mir auch im Keks, Junge Muss wieder was im Angebot sein Die sind wieder so geredet, ey Oh Ist hier Black Friday oder was? Wo denn das? Forschungsmaterial Ja, ganz wichtig Ja Ganz wichtig Oh, Muni Sehr schön Hallo Wie gesagt, das Einzige, was doof ist, dass man nicht weiß, wo ist der andere Das ist doof Ja Man sieht den dann nicht und äh Oh, hier gibt es jede Menge zu looten Hi Entschuldigung Wollte ich nicht Was haben wir denn noch hier Noch mal Muni Du kriegst die ganze Muni Warum kriegst du die ganze Muni? Oh Oh, ich dachte, mein Spiel war abgekackt Oh Ich geh jetzt immer so In der Gefriertruhe findest du Boden Oh, und auch Riegel Ist cool Riegel Ja, Riegel auch Riegel, Riegel Und Boden War natürlich klar Aber können wir alles mitnehmen Wir haben in der Zwischenzeit Äh, äh, bei uns eben halt auch ein bisschen was gemacht Und zwar hab ich, äh Ein Vogelhaus hingestellt Ja, der, dann, der liebt die Vögel Vor allen Dingen Die Schwarzwöhrchen Und Ja Schwarz So, ich wollte, ich wollte eigentlich hier Ein bisschen gesitteter durchgehen Das machen sie ja nicht Nö, wir haben alles ratzi-fatzi jetzt durchgemacht hier, ne Also, wenn du alles durch hast, dann wieder raus Wenn du alles gelootet hast, soweit Machen wir einen Abgang wieder Bis auf, bis auf die Munion, warte Was haben wir denn hier? Ein Speer Wolltest du einen Speer haben? Ne, hab ich ja schon Achso Ja, dann nehme ich den mal Ich nehme die Reparatur-Dings mit Zu spät Okay, dann raus hier Aber du kriegst ihn gleich, dann Ich geb sie dir Hast du den Schrank auch schon? Nein Ich mach mal Nein, 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 nein Meine Mun Mein Gott, Miri Ich hab keine Mun Mein Gott Hört ihr das? Hast du den Schrank schon? Was das für eine Art von Spielerin ist? Ah, nein, meine Nein Nachdem er jetzt die drei Schränke Mut gehabt hat, weißt du Ja, ja Ich Pass auf Die hat das Spielprinzip immer noch nicht verstanden Ich kann hier Wenn ich sie brauche, kann ich ihr das geben Aber die hat das Spiel Die hat das noch nicht verstanden Aber wenn du da bist und ich bin hier Komm hier lang, da waren wir schon Ne, in dem Gebäude war ich noch nicht Doch, da waren wir schon drin Also auf jeden Fall ist es so, dass sie das immer noch nicht verstanden hat Wenn dann gehen wir jetzt die Richtung dahinter Die Spielprinzip Warte doch mal, da waren wir auch schon drin Hier in dem waren wir noch nicht Wir müssen jetzt langsam Hier kommt sie mal her, der Buß wartet Ich will zum Krankenhaus Da hinten ist die Polizeiwache und die Kirche Ja, ich komme ja jetzt auch Aber ich kann doch trotzdem mal Benzin mitnehmen Hier ist eine Bushaltestelle Nehmen sie den Bus auch noch Das ist ja kein Benzin Doch So, dann gehen wir mal hier rüber Das ist die Hauptstraße Guck mal, da geht es runter zur U-Bahn Yo Das habe ich auch noch nicht Subway, hallo Genau, kümmer du nicht mal um den Ich kümmere mich um den Rotzer hier Ne, mein Freund Du kotzt mich nicht an Ich meine, du kotzt mich an Das ist schon richtig, aber Der ist aber hartnäckig so Alter, das geht hier wirklich runter Und die ist offen Die U-Bahn ist offen Warte Aber da wollen wir uns ja nicht drum kümmern Doch, wir wollen einmal gucken Ich gehe nicht in die U-Bahn Ich will jetzt da hin, wo sie hinwollen Die Leute wollen wissen, was da unten ist Ja, dann geh doch mit denen nach unten Ich gehe hier oben lang Leute, wollen wir da runter gehen? Ich war da noch nicht Ich weiß nicht, was da unten wartet Auf uns für Viecher Ich will da auch nicht runter Ich will einmal kurz gucken Nur mal gucken Komm, wir gehen da mal runter Subway, this station Vor allen Dingen Können wir die Schienen Kommst du ja doch mit Ja Bargarten, bitte Ach du Scheiße Schwarz Da sind die U-Bahnen nicht so tief Wie in Germany, ne? Hier geht's doch wieder hoch Okay Dann gehen wir mal auf den Bahnsteig Wenn wir da reinkommen, heißt das Ja, warum soll's ja nicht Die sind da auch da drin Was hast du denn, Junge? Hast du einen Durchfall, oder was? Warum schreit? Warum schreit die alte? Also Warum lässt du die Beutel immer liegen? Äh, ich hab die nicht liegen lassen Wahrscheinlich sind die zu spät gespawnt Ne, hier, nimm Warte Ja, es kommt die auch Ich spawne mal ein bisschen später Ih Hast du die Lippen aufgespritzt Aber das ganze ist gut sozusagen nicht laufend Oder was? Ey Hä? Ach, der Beutel Ey, man kann sogar die U-Bahn langlaufen Ich werd bekloppt Da hinten geht's wieder raus Alter Wie groß ist das Spiel? Ich geh mal hier unten lang Ich werd mal unten auf der U-Bahn Die Leute hier erledigen Naja Ich werde jetzt aber auch mal die Äh, wenn ich... Oah! Ich helf dir jetzt nicht Weil du wieder woanders bist Soll ich dann alles mit... Leute, soll ich dann... Guck mal her Ich schmeiß mal die Axt weg Und nimm die Axt mit Was haben wir denn? Ach, hier tauchen noch mehr auf Ja Forschungsmaterialien Nehmen wir mal mit Äh, Moment Das war aber... Sonst nehme ich hier nix mit Dieses Holzschild und so Dann lass ich alles hier drin Weil Das wird sonst zu viel Oh, runter Ey, das geht noch weiter runter Ne, ne? Ja Warte mal Ich hab hier die nächste U-Bahn-Station Ich sag dir nur Hier geht's noch weiter runter Warte, ich komm mal zu dir Leute, was haben die hier gebaut? Ach du Scheiße Karte Ach du Scheiße Warte, ich komm Downtown Brooklyn Ne, ne? Nein Hier ist noch ne Tür Die kann ich öffnen Ach du Scheiße Geh mal nach unten So, komm mal her Wo bist du denn? Downtown Brooklyn, ja Wo bist du? Komm mal Hallo Wie du kommst Ich bin hier schon am Metzeln Oh! Was ist denn das für einer hier? Aua, 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 aua Don, der haut mich Wo bist du denn? Ich bin gleich tot Das ist das, was ich meine, Leute Ich bin hier an der U-Bahn, wo du gesagt hast Ne, kann ja nicht Ich seh dich ja nicht hier Oder siehst du mich? Hier, sagst du, sagst Hier geht's noch mal runter Und da bin ich Ja, ich bin auch immer noch in der ersten Dings Wo wir reingekommen sind Ja Ja, aber Madame läuft wieder alleine So für sich Nein, weil du gesagt hast Hier kannst du noch mal runter Ja, da, wo ich bin Ja, ich hab doch nicht Alter Och, komm her, Mann Ich mach alleine gegen die Kein Problem Ich verseh dich doch nicht Das ist doch ein bisschen doof Ja, weil du woanders bist Nein, ich bin doch hier genau Wo wir reingekommen sind Du bist woanders lang gelaufen Ich bin genau da, wo wir reingekommen sind Nee, bist du nicht Doch Dann bist du in einem anderen Spiel oder was Ich weiß es nicht Aber Du bist auf jeden Fall nicht da Pass auf Hier sind wir reingekommen Hier Aber hier liegen Überall die Viecher rum Ich weiß nicht, wo du bist So Hier sind wir reingekommen Herod's Square Hier sind wir reingekommen Ja Und genau da bin ich Hör dich Aber wo bist du? Ja, unten Hab ich doch gesagt Doch noch eine tiefer Ja, hier unten bin ich Hier Ich seh dich nicht Mach mal das Licht an Hier Ach da unten Ja, ich bin von der Mitte runter So Und da ist noch eine Tür Ja Oh, warte mal Aua Ja, die sind sehr gut heute Ähm Da kommt noch einer Wieso kommen die alle hier hin? Vielleicht hast du dann dein Aftershave oder so Das ist noch mein After? Das ist noch mein After Ach, das hast du schon Ach du Scheiße Hier war ich ja auch noch nicht Ach du Scheiße Hier ist ja noch ein Eingang Siehst du, die ist schon wieder weg? Ich Boah Ne Die läuft schon wieder in der anderen Richtung Leute, das wird mir zu viel Wir gehen jetzt wieder nach oben Ja Ja, das wollte ich gerade sagen Weil wir wollten eigentlich zu krank raus Das wollten wir letztlich Oh, Leute Habt ihr das gesehen? Wie riesig das hier ist? Junge, Junge Das ist ja mehr als ein kleines Spiel Also ich mach das hier nicht mehr Das ist mir zu viel Außerdem wollten wir oben euch zeigen Genau Da sind wir wieder Ich muss mal eben kurz wieder Energieregeln nehmen Weil ich bin zu viel gelaufen jetzt Und gekämpft und was weiß ich nicht Aber auch Ich esse ein paar Bohnen Was isst du? Bohnen Ja, das wäre eine Idee, ne? Komm, wir essen ein paar Bohnen Da ist ja genug von Die Energieregeln, dann kannst du nachher deinen Balken immer schön Bohnen Wir essen Bohnen Wir essen mal die ganzen Bohnen Dann haben wir wieder Plätzchen frei Haben sie alles gefunden? Da hinten ist das Zentralhospital Aber wir haben immer noch keine Dings gefunden Wir haben immer noch keine Dings gefunden Das ist an der Polizeiwache Die wird wahrscheinlich daneben sein Die wird wahrscheinlich auch in dem Bereich sein Gehe ich mal ganz stark von aus Wir schauen mal Was kriegt man denn aus den Telefonzellen? Also Fakt ist, dass wir hier in diesem Bereich noch nicht gewesen sind Wir waren da hinten Ja Wo das hoch raus ist Da waren wir Münzen, war klar Münzen kriegen wir da raus Nehmen wir mal mit Und Plastik Hammer Aha Benzin nehmen wir auch Wir nehmen alles mit Hier war so wahrscheinlich Junge Das ist auch nicht die Polizeistation Die wird wahrscheinlich neben dem Krankenhaus sein Hier ist ein Haus For Sale steht hier Ja gut Da wird ja nicht viel drin sein Wenn dann gehen wir erstmal zum Krankenhaus Ja dann lasst uns das doch jetzt machen Wir haben schon wieder Stunde neun Wir haben neun Uhr Wir gucken einmal auf die Karte Wir können ja mal gucken Wie groß Wir haben da oben schon ein bisschen abgedeckt Alter wie riesig das ist Harte Ja Ja Hier oben Hier haben wir so ein bisschen Hier Ja hast du mich gesehen oder was Ne Dann komm her Okay danke Der Basi ist nicht schlecht Was macht Sinn hier mit dem Basi Pass auf hinter dir Oh Alter wenn du nicht so gerotzt hättest Ne Benzinos Immer mitnehmen Können wir gar nicht rauchen Ja Ja hier ist auch noch ein schönes Haus Das hier Ja und rotes Optiker hier Aber unser Ziel ist das Krankenhaus Aber eigentlich ist unser Ziel eigentlich die Polizeivache Ja Wenn wir so finden Wenn wir so finden Wenn überhaupt eine ist Sicherheit wird hier eine sein Das ist die Frage Ist hier eine Das wissen wir nämlich gar nicht Die wird hier sein Ja das spawnt immer ein bisschen später Und da bin ich dann schon zum nächsten gerannt Okay hier im Bus ist nichts Gehen wir zum Hospital Also im Moment sehe ich keine Polizeivache Ja die wird da unten da rechts irgendwo sein Wer ist das denn Oh der hat aber was geschmissen Ja nimm mal alles mit T Ich guck mal im Inventar Was der gewohnt Messer Ach guck mal hier ist auch eine U-Bahn-Station Das ist dieselbe Ja aber Warte mal was ist das denn Hier ist was eingezäunt Warte mal doll Ja wir gehen mal gucken Aua Bin voll an Ah Shit Jetzt haben wir selber die Finger eingeklatscht An einem doofen Mikrofon hier Das ist keine Ahnung Was ist das hier für ein Bau? Könnte das hier Polizeiwache sein? Schlecht wärt ja nicht Gehen mal Wir gehen da mal rein Wir haben keine Ahnung Was hat uns erwartet Hallo Äh Wir gehen zusammen Du da rein Ich hier rein Okay Jawohl Das könnte eventuell Da muss ich einen Schraubenschlüssel Wir gucken mal was hier drin ist Hier Munition Komm her Warte Ich lass die extra liegen für dich Auch alles Munition Ich lass das liegen Okay Danke Ich kann ja nicht alle gebrauchen So wir gehen jetzt erst hier Wir machen erstmal die unteren Räume Ja Hier ist es weichst drin Ja nehme ich alles mit Weiter geht's Wir machen erstmal die unteren Räume Ja ist aber glaube ich keine Polizeiwache Nee das sieht nicht danach aus Hast du? Nee so Forschungsmaterial Zeugs und so Okay weiter Dann gehen wir jetzt hier durch Hier ist nix So wir fangen jetzt hier hinten an Also es ist keine Polizeiwache Nein Wieder Boden Was ist die Zunge da so raus Habt ihr das gesehen? Nochmal Boden Und wie sieht es aus? Oh Sollen wir wieder raus Wenn keine Polizeiwache ist? Warte 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 Ja eigentlich schon Ja ne Dann komm Ich weiß das ist jetzt hier halbe Arbeit Aber Ja das machen wir irgendwann mal Wir suchen unbedingt die Polizeiwache Können wir mal ins Krankenhaus Meinst du? Ja ich glaube das wäre auch wichtiger Ja Wir gehen jetzt mal ins Krankenhaus Vielleicht können wir vom Krankenhaus was sehen Guck mal da oben geht es eine Wendeltreppe hoch Da können wir von oben vom Dach aus vielleicht reingehen Ich glaube das machen wir auch Wir gehen diesmal andersrum Von oben nach unten Äh von unten nach oben Ne andersrum Ah ihr wisst schon was ich meine Wir machen halbe Sachen gerade Aber das machen wir auch nur Weil wir euch das zeigen wollen Hi Madame Kommen sie bitte da oben runter Dankeschön Monsieur Hallo Hier Ey wann rennst du weg? So krank kannst du gar nicht sein Junge Äh Autos looten? Oder nicht? Äh Ich habe einmal den Krankenwagen Ich gehe einmal den Krankenwagen loten Und dann nehmen wir euch gleich wieder mit Warte dann lass mich auch mal gucken was da drin ist So Dann guck mal Ja Tabletten sind da drin Schmerzmittel Forschungsmaterialien Schmerzmittel? Schmerzmittel? Ja nimm mit Und dann nimm du dir die Schmerzmittel Weil das macht sonst ein Dings voll bei mir Okay Und ich nehme den Rest mit So Und ich würde sagen Wenn wir gleich die Treppen Wenn wir oben sind Dann melden wir uns wieder Okay Macht's gut Leute Tschüss Tschüss Tschüss